Diese hier angebotene 2,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 60 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 850 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017